Aber ich habe so ungefähr noch die Ahnung, wann ich angefangen habe. Ich habe glaube ich 15 Uhr re 20 je angefangen ne. Heißt de ich ne me re jetzt je schon ne e für re ein ne re voll ge auf he. Ja. Kann ich noch ein bisschen aufnehmen, mäh. Redstone und direkt daneben in Eisen. Ich finde immer so, wenn Redstone und Kohle ganz nah in der Nähe sind, ja, dann ist das für mich so ein Zeichen, dass es hier in der Nähe auch Lava gibt. Oh, hier war es so schön hell und jetzt ist es wieder dunkel, nicht. So. Ach ja, ich denke ich werde direkt im Anschluss oder irgendwann ein Tutorial machen über ein sehr nützliches Programm. Und zwar, falls man keinen Full HD Monitor hat, so wie ich unter der Woche, am Wochenende habe ich einen Full HD Monitor, frag nicht warum. Ähm, dann kann man, dann kann man sich ein Programm downloaden, das ist eigentlich nur ne winzig kleine Echse. Dort klickt man dann drauf, ob man 720p oder 1080p haben will. 1080p ist Full HD, 720p ist HD. Und dann, also der Sinn eigentlich dafür ist es, dass wenn man nämlich kein HD oder Full HD Monitor hat und dann Vollbildschirm Minecraft aufnimmt und das dann auf YouTube hochlädt, dass es dann schwarze Ränder oben und unten gibt. Und wie ihr vielleicht schon wisst, dass es bei vielen YouTubern, die Minecraft spielen, nicht der Fall ist, ähm, das, ja, den Satz habe ich richtig scheiße angefangen. Ähm, nun gut, also bei denen, bei denen es halt nicht der Fall ist mit den schwarzen Rändern, die haben nun mal einen Full HD Monitor. Und es gibt ein Programm für Minecraft, das das Spiel so zentriert oder so in die Größe bringt, es ist nicht Vollbildschirmmodus, dass es 720p oder 1080p Formate hat. Heißt also, oha, heißt also, ähm, ohne schwarze Ränder oben und unten in der YouTube-Aufnahme, also dann in YouTube. Dann klickt man einfach bloß auf 720p oder 1080p und zack ist automatisch Minecraft, ähm, kleiner gemacht worden in den perfekten Maßen, in denen man dann aufnimmt. Natürlich ist es nicht so ein automatischer Minecraft-Starter, also Minecraft muss schon geöffnet sein davor. Gut, ich habe jetzt hier so einen kleinen Dungeon gefunden, den kunde ich mal aus, in der Hoffnung irgendwas zu finden. La Peace, La Zouli. Warum mache ich das mit Kobbel? Naja, ich habe keine Kobbel. Weg mit dir, weg mit dir. Ja, denn so mache ich das mit meinen Minecraft-Aufnahmen, wenn ich unter der Woche aufnehme. Am Wochenende brauche ich das nicht. Und das mit den kleinen Bildschirmen stört eigentlich ganz und gar nicht, also vielleicht, wenn man denkt, ne, das lenkt vielleicht ein bisschen ab, wenn man im Hintergrund noch irgendwas hat, aber das stimmt gar nicht. Oh, mein Inventar ist voll, was schmeiß ich raus? Das. Da haben wir ein Zombie. Den ignorieren wir mal gekonnt. Pum! Ja, das dauert jetzt Jahre. So. Vielleicht mal... Egal. Hör damit! Gut, ich höre hier in der Nähe ein Zombie. Nicht sehr beruhigend. Das gibt's doch nicht. Ganz ruhig. Ja, ich habe jetzt dieses Gold übersehen. Okay, das ist gefährlich, das ist gefährlich. So. Oh, kommst du nicht raus? Kommst du nicht raus? Bitte durchleicht, hast du kein Aiming? Tut mir leid. Miau. Okay. So. So, so. Also, ich sollte trotzdem mal ein paar Sachen wegschmeißen, die ich nicht brauche. Kies. Ja, komm, schmeiß mir aber Kies weg. Hm, hm. La Pies, la Zuli. Nein, ihr verschwendet mir nicht. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Hm, hm. Ja, da ist doch noch was. Perfekt. Oh, kommt her. Frühschlinge. Boom. Okay. Mein Aiming ist gefragt. Ich mache noch nur mal Schwertkampf. Uh, jetzt ist noch mehr Aiming gefragt. Wow, es wird mal spannend. Uh, la. Ja, los, explodier. Komm, explodier doch. Scheiße. So, ich sollte vielleicht davor mal was futtern. Yummy. Ich weiß ganz genau, dass ich die Scheiße nicht überlebe. Och, komm, bitte. Ganz ruhig. Brauche ich nicht. Brauche ich Obsidian. Ich weiß nicht mehr, was die Aufgaben waren. Ich, ich brauche eh eine Diamant-Spezake. Geht gar nicht anders. Okay. Weiter geht's. So, wir haben jetzt 15.41 Uhr. Heißt also, ich mache noch bis 15.45 Uhr. Dann beende ich erstmal wieder die Aufnahme. Also noch vier Minuten. Und dann, ja. Mach ich vielleicht erst mal das Motto, dem Motto-Torial. Die Motto-Tutorial. Die Motto-Tutorial? Das Motto-Tutorial? Schreibt's in die Kommentare. Ja, die Spitzeike ist jetzt auch schon kaputt. So langsam gehen wir ein. Wir rosten. Wir wissen nicht mehr, wohin mit uns. Haben keine Ahnung, was wir noch tun. Und sind trotzdem happy. Denn wir. Wir sind Minecraft. Dom, dom, dom. Ein bisschen verstimmt. Tut mir sehr leid. Es rührt mich gerade so. Genau, Philipp. Ja, genau. Was ich auch noch kurz, kurz ansprechen kann. Sehr, sehr kurz. Wir machen zur Zeit ja auch so ein paar Beats. Also so ein paar Musikstücke selbst. Auch mit einem Computerprogramm. Beziehungsweise mit zwei Computerprogrammen. Darunter sind ich und der Max beschäftigt. Und. Also wir haben echt Spaß dabei. Wir machen es nicht zusammen. Wir machen es alleine. Und es kann sein, dass wir vielleicht irgendwann mal. Dass wir vielleicht irgendwann mal eine. Ding jetzt machen. Oh, das wollte ich nicht. Dass wir so ein Battle machen. Wer den besten Beat hat. Später werden wir mehr Abonnenten haben. Und ihr dann abstimmt könnt, wer den besten Beat gemacht hat. Also nicht nur zwischen uns beiden, sondern noch unseren anderen vom Kanal. Oder vielleicht mal von euch. Gut, gut. Also. Auch wenn es jetzt 15.43 Uhr ist. Ich will es spannend halten. Was ist wohl hinter dieser Mauer? Was wird uns dort erwarten? Okay, die Musik passt gar nicht. Und das, liebe Freunde. Seht ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Minecraft. Und Adventure Map. Und Island. Und Yoni Moni. Und Let's. Und Folge 10 vielleicht. Bis denne.